So, wir müssen jetzt weiter dieses Quests machen. Ich glaube hier am besten zu den ganz nach hinten zu den Typen, weil ich dann später keinen Bock habe, dass nochmal irgendwie etwas irgendwie irgendwo... Dann zum Beispiel, wenn ich das mache, dann muss ich da hinten eh wieder hin, weil irgendwann muss ich da eh hin und dann muss man das sowieso machen und ich mache am besten die ganz weit weg als erstes. Irgendwie leckt das wieder hier. Finde ich gar nicht so toll. Oh, wir sind ja schon da. Und was sollen wir hier jetzt machen? Solche... Teile hier zerstören, also. Na komm, der, der mich da angreift. Ne, eh nicht. Sack. Ich bin außer Reichweite. Boah, der soll mal hier abholen. Boah, wie schnell kann der denn schwimmen, ne? Ich bin schon nur für lauter Aufregung. Kann ja richtig doll bum 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 abgehen, ey. Na komm, Spiel. So. Komm du, jetzt hau du auch ab. Ne. Fast mit süßem Nektar. Oh Mann. Was ich jetzt vergessen habe in der Stadt zu machen ist, die Sachen zu verkaufen. Ja, genau. Sachen verkaufen. Hä? Wo soll ich die denn noch finden? Haben die vielleicht alle Typen? Okay, mal den hier. Zack, tot. Zack, tot. Zack, tot. Gong, furcht. Und weg mit dem. Zack, tot. Und schon mal kript den, war das? Was ich echt? Aaaaah. Hä? Ach so, ein schön süßer Ali. Ich hoffe nicht, dass er mich jetzt noch angreifen will. Weil er ist Level 30. Wird er glaube ich eh nicht machen, weil ich glaube ich wie ein Boss bin. Boss, Boss. Ja, also. Was heißt Boss? Ich bin für ihn. Sozusagen. Ähm. Er wird mich eh nicht treffen, so. Und bla bla bla. Machen wir den hier kalt. Gehen wir mal eine Runde spazieren. Kleiner Knabe. Oder kalt. Was bist du Knabe? Buh. Komm jetzt stirb. Was machst du? Bleib hier. Hässliger Typ, ey. Ne. Ne. Das haben nicht alle. Das haben nicht alle. So haben es hier nur solche bestimmten Typen. Da hinten ist wieder einer. So, einmal aufs Pferdchen. Ne Apa-Mann. Gebt mich ja eh gar nicht an. Und die dass. Ja, die haben das. Die haben das. Na komm. Du wies auch mal weg. Ich hab nicht zu viel Zeit. Ja. Das hab nicht so viel. Geld. Ne. und nicht so viel Zeit. Ganz erwähnt. Einfach nur nicht sterben. Aber das erste, was ich mache, nochmal kurz buffen. Zack, zack. Das zweite ist was sehr fettes Essen. Oh, das ist gut. Und was fettes Trinken. Haben wir hier vielleicht schon wieder irgendwelche geilen Ne, lass ich mal schultern. Ne, besser war als ich. Kann es gar nicht sein. Kommt, dringend zu Ende da. Holen wir mal unseren Wichtel. Spreißen, solange diese ganzen Tränke hier raus. Machen wir mal so und BUUUUUM. Das lädt immer noch aus. Was? Ich hab schon kein Mana mehr, ne? Mein Wichtel soll den mal angreifen. Tja. Der ist tot. Was mit dem jetzt? Komm, den haben wir jetzt auch noch oben. Komm, los. Komm schon. Ich brauche mehr Mana. Ah, was leckt es denn hier? Ah, was leckt es denn hier? Ja, das ist gar nicht toll, ey. Das ist gar nicht toll, ey. Lala, lassen wir unser Wichtel einfach hängen und laufen hier mal hoch. Wow. Die interessieren uns aber irgendwie nicht. Deswegen hat man ein Schwert und da ist eigentlich so durch. Wir haben mal einen sicheren Ort. Ich glaube, wir sind hier hin. Äh, hehehe. Ich glaube, hier gibt es keinen sicheren Ort. Wir sind hier ja überall. So. Hier sind wir erstmal sicher. Boah, ey. Das war ja mal grad geil. Wie viele hier von denen sind, ey. Das ist mal unnormal. Aber nicht alle droppen diesen Kack-Shit. Ah. 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 Ich sterbe jetzt. Nein. Bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben. Boah, das war echt knapp, ey. Das sind hier solche Teile. Wie. Ich darf nicht zu nah an denen vorbeilaufen, weil die mich sonst umkloppen, ey. Und dann bin ich tot. Hey, welche Teile droppen das denn? Der droppt das zum Beispiel. Droppt er das? Nö. Oh, toll, ey. Ich sind 100 Teile, aber es droppt immer nur einer. Zwischenhunde, ey. Zwischenhunde, ey. So, okay. Fangen wir nochmal von unten ganz normal hier an. Und töten uns durch, würde ich mal sagen. Töten uns durch. Ich wollte, glaube ich, sagen kämpfen uns durch. Ach, ich habe hier noch einen Ring. Das ist der gleiche, ne? Bla, bla, bla. Ja, ja. Brauche ich nicht. Ich brauche was zu essen. Komm, mach mal klar hier. Und ich hatte hier noch was zu fressen. Ja, gut. Ach, ja, ja. Ich meine, dieses Essen, das wird immer so lange, ey. Vielleicht die Regeneration des Lebens und des Manas könnten sie erhöhen. Das wäre nochmal eine geile Idee hier, ey. Würde das noch erhöht werden? Das wäre krass, ey. Oh, Mann, ey. Das ist mal krass, krass, krass. Das ist nicht krass. Das wäre krass, würde ich mal sagen. Aber übelst krass wäre das, ey. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Also die haben jetzt langsam nichts mehr. Ich sage mal, ich brauche viel zu viel Mahne irgendwie hier. Jetzt kommt er mal unter der Erde raus. Ich weiß nicht, wieso ich so viel Mahne verbrauche, ey. Das ist echt komisch. Na egal. Die sind nicht mehr so stark für mich, weil ich bin schon 1144. Ich glaube, Bequels mache ich noch und dann war ich das, glaube ich, erstmal hier mit dem. Dann gehen wir weiter. Glaube ich. Ich weiß das noch nicht, aber ich denke schon, ne. Was soll ich denn hier noch rumgammeln? Ja, was soll ich denn hier noch rumgammeln, habe ich gesagt. Das war lustig. Bla, bla, bla. Ich muss mal schauen, solange wir da trinken, wie viele Leute uns sind. 250 Stück. Das ist ja eine ganze Menge wieder mal, ey. Das ist ja eine ganze Menge wieder mal. So, also wenn ihr meine Videos am gucken seid, schadet es ja auch nicht, mal aufs Knöpfchen abonnieren zu drücken. Ich würde mich sehr freuen und das gibt mir nochmal etwas mehr Ansporn, mehr und schneller Videos vielleicht zu machen. Weil vielleicht mache ich jetzt erstmal noch langsam Videos, weil ich jetzt insgesamt vier Projekte schon am Laufen habe. Das Minecraft-Projekt ist dazugekommen. Könnt ihr natürlich auch auf meinem Kanal verfolgen. Würde ich mich auch sehr freuen. Also abonniert mich und dann kriegt ihr mehr und vielleicht auch mal was ganz anderes. Nicht mehr so das Gameplay, was ich jetzt mache. Vielleicht bekommt ihr ja auch anderes Gameplay von mir. Oder andere Videos, beziehungsweise. Ja, ähm, ab nächster Woche bestimmt werden auch die geplanten Mixes von unseren DJ-X-Seda hier hochgeladen, denke ich mal. Dass wir das irgendwie da planen jetzt. Oder wir das irgendwie da halt abchecken und dann machen wir das schon. Weil ich hab echt Bock drauf, er hat Bock drauf bestimmt und mal schauen, was ihr dann zu den ganzen Mixes sagt. Zu den Remixes und alles mögliche. Es wird erstmal so ein kleines Vorstellungsvideo davon bestimmt bekommen. Und dann wird das allgemeine Gemixe losgehen. Ich weiß nicht, wie er sich's vorgestellt hat. Ah, da reden wir noch früher mit ihm. Jetzt bin ich verrechend. Wow, ich glaub ich sterbe jetzt. Ich glaub ich sterbe jetzt. Ich glaube ich sterbe jetzt. Aber ich will jetzt nichts riskieren. Dann geh ich mal hier runter und er lädt sich auch schön auf. Ich esse schön und wir können weitermachen. Trinken. Essen. Da kommen mich pro noch wie viel davon? Neun Stück. Neun Stück. Ja, ja, ja. Na los. Komm ey, komm ey, komm ey, komm ey. Nochmal mal schönes Trinken. Essen hat ja ganz gut gereicht. Solange ich jetzt trinke, lädt sich ja nochmal mein Essen auf. Essen soll ich schon in mein Leben. Dann geht es auch schon klar wieder. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, reicht schon. Den machen wir jetzt ganz schnell fertig hier. Ab zu Papa, du kleiner Dübi, komm her und tschüss, würde ich mal sagen. Ne, kleiner? Und tschüss, würde ich mal sagen. Tschüss, würde ich mal sagen. Ein paar Bücher.